Die Grossmama hatte während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes jeden Nachmittag, wenn Clara sich hinlegte und Fräulein Rottenmeier, wahrscheinlich der Ruhe bedürftig, geheimnisvoll verschwand, sich einen Augenblick neben Clara hingesetzt. Aber schon nach fünf Minuten war sie wieder auf den Füssen und hatte dann immer Heidi auf ihre Stube berufen, sich mit ihm besprochen und es auf allerlei Weise beschäftigt und unterhalten. Die Grossmama hatte hübsche kleine Puppen und zeigte dem Heidi, wie man ihnen Kleider und Schürzen macht. Und ganz unvermerkt hatte Heidi das Nähen erlernt und machte den kleinen Leuten die schönsten Kleider und Männlichen, denn die Grossmama hatte immer Zeugstücke von den prächtigsten Farben. Da nun Heidi lesen konnte, durfte es auch immer wieder der Grossmama seine Geschichten vorlesen. Das machte ihm die grösste Freude, denn je mehr es seine Geschichten las, desto lieber wurden sie ihm. Heidi lebte alles ganz mit durch, was die Leute alle zu erleben hatten. Und so hatte es zu ihnen allen ein sehr nahes Verhältnis und freute sich immer wieder, bei ihnen zu sein. Aber so recht froh sah Heidi nie aus und seine lustigen Augen waren nie mehr zu sehen. Es war die letzte Woche, welche die Grossmama in Frankfurt zubringen wollte. Sie hatte eben noch Heidi gerufen, dass es auf ihre Stube komme. Es war die Zeit, da Clara schlief. Als Heidi eintrat, mit seinem grossen Buch unter dem Arm, winkte ihm die Grossmutter, dass es ganz nahe zu ihr herankomme, legte das Buch weg und sagte, Nun komm, Kind, und sage mir, warum bist du nicht fröhlich? Hast du immer noch denselben Kummer im Herzen? Ja, nickte Heidi. Hast du ihn, dem lieben Gott, geklagt? Ja. Und betest du nun alle Tage, dass alles gut werde und er dich froh mache? Oh nein, ich bete jetzt gar nicht mehr. Was sagst du mir, Heidi? Was muss ich hören? Warum betest du denn nicht mehr? Es nützt nichts. Der liebe Gott hat nicht zugehört. Und ich glaube es auch wohl, fuhr Heidi in einiger Aufregung fort. Wenn nun am Abend so viele, viele Leute in Frankfurt alle miteinander beten, so kann der liebe Gott ja nicht auf alle Acht geben. Und mich hat er gewiss gar nicht gehört. So, wie weisst du denn das so sicher, Heidi? Ich habe alle Tage das Gleiche gebetet, manche Woche lang, und der liebe Gott hat es nie getan. Ja, so geht es nicht zu, Heidi. Das musst du nicht meinen. Siehst du, der liebe Gott ist für uns alle ein guter Vater, der immer weiss, was gut für uns ist, wenn wir es gar nicht wissen. Wenn wir aber nun etwas von ihm haben wollen, das nicht gut für uns ist, so gibt er uns das nicht, sondern etwas viel Besseres, wenn wir fortfahren, so recht herzlich zu ihm zu beten, aber nicht gleich weglaufen und alles Vertrauen zu ihm verlieren. Siehst du, was du nun von ihm erbitten wolltest, das war im Augenblick nicht gut für dich. Der liebe Gott hat dich schon gehört. Er kann alle Menschen auf einmal anhören und übersehen. Siehst du, dafür ist er der liebe Gott und nicht ein Mensch wie du und ich. Und weil er nun wohl wusste, was für dich gut ist, dachte er bei sich, ja, das Heidi soll schon einmal haben, wofür es bittet, aber erst dann, wenn es ihm gut ist und so, wie es darüber recht froh werden kann. Denn wenn ich jetzt tue, was es will, und es merkt nachher, dass es doch besser gewesen wäre, ich hätte ihm seinen Willen nicht getan, dann weint es nachher und sagt, Hätte mir doch der liebe Gott nur nicht gegeben, wofür ich bat. Es ist gar nicht so gut, wie ich gemeint habe. Und während der liebe Gott auf dich niedersah, ob du ihm auch recht vertrautest und täglich zu ihm kommest und betest und immer zu ihm aufsehest, wenn dir etwas fehlt, da bist du weggelaufen, ohne alles Vertrauen, hast nie mehr gebetet und hast den lieben Gott ganz vergessen. Aber siehst du, wenn einer es so macht und der liebe Gott hört seine Stimme gar nicht mehr unter den Betenden, so vergisst er ihn auch und lässt ihn gehen, wohin er will. Wenn es ihm aber dabei schlecht geht und er jammert, mir hilft aber auch gar niemand, dann hat keiner Mitleid mit ihm, sondern jeder sagt zu ihm, du bist ja selbst vom lieben Gott weggelaufen, der dir helfen konnte. Willst du es so haben, Heidi, oder willst du gleich wieder zum lieben Gott gehen und ihn um Verzahung bitten, dass du so von ihm weggelaufen bist und dann alle Tage zu ihm beten und ihm vertrauen, dass er alles gut für dich machen werde, sodass du auch wieder ein frohes Herz bekommen kannst? Heidi hatte sehr aufmerksam zugehört. Jedes Wort der Grossmama fiel in sein Herz, denn zu ihr hatte das Kind ein unbedingtes Vertrauen. Ich will jetzt gleich auf der Stelle gehen und den lieben Gott um Verzeihung bitten und ich will ihn nie mehr vergessen, sagte Heidi reumütig. So ist's recht, Kind, er wird dir auch helfen zur rechten Zeit, sei nur getrost, ermunterte die Grossmama. Und Heidi lief sofort in sein Zimmer hinüber und betete ernstig und reuig zum lieben Gott und bat ihn, dass er es doch nicht vergessen und auch wieder zu ihm niederschauen möge. Der Tag der Abreise war gekommen. Es war für Clara und Heidi ein trauriger Tag. Aber die Grossmama wusste es so einzurichten, dass sie gar nicht zum Bewusstsein kamen, dass es eigentlich ein trauriger Tag sei, sondern es war eher wie ein Festtag, bis die gute Grossmama im Wagen davonfuhr. Da trat eine Leere und Stille im Hause ein, als wäre alles vorüber und solange noch der Tag wehrte, sassen Clara und Heidi wie verloren da und wussten gar nicht, wie es nun weiterkommen sollte. Am folgenden Tage, als die Unterrichtsstunden vorbei waren und die Zeit da war, da die Kinder gewöhnlich zusammensassen, trat Heidi mit seinem Buch unter dem Arm herein und sagte, ich will dir nun immer vorlesen. Willst du, Clara? Der Clara war dieser Vorschlag recht für einmal und Heidi machte sich mit Eifer an seine Tätigkeit. Aber es ging nicht lange, so hörte schon wieder alles auf, denn kaum hatte Heidi eine Geschichte zu lesen begonnen, die von einer sterbenden Grossmutter handelte, als es auf einmal laut aufschrie, oh, nun ist die Grossmutter tot und in ein jammervolles Weinen ausbrach. Denn alles, was es las, war dem Heidi voller Gegenwart und es glaubte nicht anders, als nun sei die Grossmutter auf der Alm gestorben und es klagte in immer lauterem Weinen. Nun ist die Grossmutter tot und ich kann nie mehr zu ihr gehen und sie hat nicht ein einziges Brötchen mehr bekommen. Clara suchte immer vor dem Heidi zu erklären, dass es ja nicht die Grossmutter auf der Alm sei, sondern eine ganz andere, von der diese Geschichte handle. Aber auch, als sie endlich dazugekommen war, dem aufgeregten Heidi diese Verwechslung klar zu machen, konnte es sich doch nicht beruhigen und weinte immer noch untröstlich weiter. Denn der Gedanke war ihm nun im Herzen erwacht. Die Grossmutter könne ja sterben, während es so weit weg sei und der Grossvater auch noch. Und wenn es dann nach langer Zeit wieder heimkomme, so sei alles still und tot auf der Alm und es stehe ganz allein da und könne niemals mehr die sehen, die ihm lieb waren. Währenddessen war Fräulein Rottenmeier ins Zimmer getreten und hatte Klaras Bemühungen, Heidi über seinen Irrtum aufzuklären, mit angehört. Als das Kind aber immer noch nicht aufhören konnte zu schluchzen, trat sie mit sichtlichen Zeichen der Ungeduld zu den Kindern heran und sagte mit bestimmten Ton, Adelheit, nun ist des grundlosen Geschreies genug. Ich will dir eines sagen. Wenn du noch ein einziges Mal beim Lesen deiner Geschichten solchen Ausbrüchen den Lauf lässt, so nehme ich das Buch aus deinen Händen und für immer. Das machte Eindruck. Heidi wurde ganz weiss vor Schrecken. Das Buch war sein höchster Schatz. Es trocknete in grosser Eile seine Tränen und schluckte und würgte sein Schluchzen mit Gewalt hinunter, sodass kein Tönchen mehr laut wurde. Das Mittel hatte geholfen. Heidi weinte nicht mehr. Was sie es auch lesen mochte. Aber manchmal hatte es solche Anstrengungen zu machen, um sich zu überwinden und nicht aufzuschreien, dass Klara öfters ganz erstaunt sagte, Heidi, du machst so schreckliche Grimassen, wie ich noch nie gesehen habe. Aber die Grimassen machten keinen Lärm und fielen der Dame Rottenmayer nicht auf. Und wenn Heidi seinen Anfall von verzweiflungsvoller Traurigkeit niedergeschlagen hatte, kam alles wieder ins Geleise für einige Zeit und war tonlos vorübergegangen. Aber seinen Appetit verlor Heidi so sehr und sah so mager und bleich aus, dass der Sebastian fast nicht ertragen konnte, das so mit anzusehen und Zeuge sein zu müssen, wie Heidi bei Tische die schönsten Gerichte an sich vorübergehen liess und nichts essen wollte. Er flüsterte ihm auch öfters erwundert zu, wenn er ihm eine Schüssel hinhielt. Nehmen von dem, Mamsälechen, sie ist vortrefflich, nicht so. Einen rechten Löffel voll, noch einen. Und dergleichen väterlicher Räte mehr. Aber es half nichts. Heidi aß fast gar nicht mehr und wenn es sich am Abend auf sein Kissen legte, so hatte es augenblicklich alles vor Augen, was daheim war. Und nur ganz leise weinte es dann vor Sehnsucht in seine Kissen hinein, sodass es gar niemand hören konnte. So ging es eine lange Zeit dahin. Heidi wusste gar nie, ob es Sommer oder Winter sei, denn die Mauern und Fenster, die es aus allen Fenstern des Hauses Sesemann erblickte, sahen immer gleich aus. Und hinaus kam es nur, wenn es Klara besonders gut ging und eine Ausfahrt im Wagen mit ihr gemacht werden konnte, die aber immer sehr kurz war, denn Klara konnte nicht vertragen, lange zu fahren. So kam man kaum aus den Mauern und Steinstrassen heraus, sondern kehrte gewöhnlich vorher wieder um und fuhr immer fort durch grosse, schöne Strassen, wo Häuser und Menschen in Fülle zu sehen waren. Aber nicht Gras und Blumen, keine Tannen und keine Berge. Heidis Verlangen nach dem Anblick der schönen, gewohnten Dinge steigerte sich mit jedem Tag mehr, so dass es jetzt nur den Namen eines dieser Erinnerung weckenden Worte zu lesen brauchte, so war schon ein Ausbruch des Schmerzes nahe und Heidi hatte mit aller Gewalt dagegen zu ringen. So waren Herbst und Winter vergangen und schon blendete die Sonne wieder so stark auf die weissen Mauern am Hause gegenüber, dass Heidi ahnte, nun sei die Zeit nahe, da der Peter wieder zur Alm führe, mit den Geissen, da die goldenen Zistusröschen glitzerten, droben im Sonnenschein und allabendlich ringsum alle Berge im Feuer ständen. Heidi setzte sich in seinem einsamen Zimmer in einen Winkel und hielt sich mit beiden Händen die Augen zu, dass es den Sonnenschein drüben an der Mauer nicht sehe und so sass es regungslos, sein brennendes Heimweh lautlos niederkämpfend, bis Clara wieder nach ihm rief.